Das Gerät am Nahrungsverfügung, wo sind wir auch, dass die Position, weil es kann ja sein, dass jetzt noch eine Auge zur Verfügung ist oder statt die Sehbehinderung da ist, dann muss man das extra nachlösen. Und jetzt schauen wir, machen wir diese Kalibrierung, schaut einfach ein bisschen nach, jetzt schaut ich noch einmal auf die Auge mitgetan, genau. Da darf man am Anfang auch nicht länger auf jeden Stolz ziehen, weil die Gefahr ist, dass du eine Bindehautentzündung bekommst, weil man ja das Auto nicht mehr zu machen kann, weil man sich so oft jetzt konzentriert, die da auch nicht. Ich freue mich sehr heute. Wie möchtest du das iPad verwenden? Ja, privat eigentlich nur, nicht beruflich. Und privat besonders? Ja, Internet schauen und so. Okay, super. Verschiedene Internet Sachen.